Hi Leute, vorab vor diesem Video ein kleiner Disclaimer. Ich hatte ja leider nur die GoPro dabei, mit der ich jetzt filme und keine Ahnung, ob es an den Einstellungen lag oder ob es an dem Lichtverhältnis im Wald lag. Jedenfalls Bildrauschen ohne Ende. Ich entschuldige mich schon vorab für die deutlich schlechtere Qualität gegenüber meinen letzten Videos. Das war mir in der Lehre. Das nächste Mal bin ich wieder mit der Canon unterwegs und dann gibt es wieder Mikroabenteuer oder eine Tour in High Definition. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Ciao. Was für ein Dschungel. Bis zum nächsten Mal. Hi zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder mit dem Shucky unterwegs heute unter der Woche. Bis um 16 Uhr haben wir gearbeitet und sind danach direkt los hier in das Waldgebiet, das uns bisher noch unbekannt war, zumindest abseits der Wege. Wir haben jetzt hier eine schöne Stelle gefunden und unsere Lager aufgebaut. Ja, und so einfach ein kleines Mikroabenteuer erleben. Einfach mal den Kopf freikriegen, wieder ein bisschen rauskommen. Jetzt wird wieder was Leckeres gekocht. Ich habe letztens Frikadellen gemacht, einfach ein paar mehr Hackbällchen und vom Pizza machen war noch ein bisschen Pizzasauce übrig. Mit ein paar Zwiebeln zusammen wird das einfach eine schöne Pasta mit Meatballs. Ja, genießen an den Abend. Eben war schon ein Reh hier, was ein bisschen geschreckt hat. So ungefähr 100 Meter von hier ist noch eine Suhle oder ein ziemlich großes Quellgebiet, wo man etliche Wildschwein-Spuren sieht. Vielleicht gehen wir nachher nochmal kurz vorbei. Ja, heute ist es schön warm. Wir haben uns quasi den perfekten Tag dafür rausgesucht. Ab Mittwoch bricht die Temperatur hier wieder, ne, Donnerstag, ne. Donnerstag geht die Temperatur wieder um 10 Grad zurück, also perfekt. Und es ist dann auch richtig viel Regen gemeldet. Heute Nacht soll es nur so 13 Grad kalt werden, eigentlich warm werden. Das heißt, dann kann ich mal den Underkill einsetzen für den Temperaturbereich, für den er gedacht ist. Und ich hoffe dann, dass ich heute Nacht nicht kalt habe damit. Ja, und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit dem Kochen. Das erste Bierchen ist schon getrunken und jetzt wird aufgekocht. Der Markus macht die Nudeln, ich komme mich in die Soße und dann wird nachher alles zusammen gemischt. Markus, was kochst du doch? Oh, wenn mir geht es mit warmem Wasser. Mit Salz. Mit Salz. Ich freue mich. Das können ja mich, ne? Ja, da haben wir es von. Die Fleischbällchen sind soweit warm. Da geht es jetzt weiter mit der Soße. Ordentlich Olivenöl jetzt mal hier in die Pfanne. Und da habe ich daheim schon vorbereitet. Zwiebel, Knoblauch und ein paar Gewürze. Einfach drin umgraten. Und dann ist schon die Hälfte vom Geschmack erledigt. Es war mal irgendwo die Frage, was jemand auf einer einsamen Insel mitnehmen würde. Man hat gesagt, er nimmt Zwiebel und Butter mit und brät dann die Zwiebel in die Butter an. Denn sobald das dräht, kommt jemand um die Ecke und fragt, was gibt es denn Feines? Hier schön in der Benjamin Klausner Gedächtnisfanne. Alles schön angünstig. Das riecht schon wie Italien. Ein Hauch Zucker. Eine Prise. Und dann einmal mit der Soße hier ablösen. Und fertig ist eigentlich schon die Soße. Jetzt müssen wir nur noch die Nudeln kochen. Tja, mag das ein bisschen langsam heute. Ja, gar keine große Sache. Einfach halten. Und trotzdem lecker hier draußen genießen. Das kann jeder von euch da draußen. Da muss man kein Koch dazu sein. Also, Befehl von mir, nachmachen. Aber besorgt euch einen besseren Suche. Ja, schweres Personal ist schwer zu reden. Ich glaube, ich muss da doch hier mal Kurzarbeit anmelden. Kündigung wegen Corona. Kündigung ist raus. Kündigung ist raus. Kündigung ist raus. Noch eine kleine Info für alle, die Interesse an den Amazonas-Produkten hatten. Oder haben. Bisher hatte ich ja einfach nur Affiliate-Links unten zu Amazon drin. Wenn ihr jetzt mal so ein Produkt wollt, dann schaut mal beim Sven Künkele vorbei auf dem Kanal. Und auch der Link, ich habe den Link unten in der Beschreibung. Kontaktiert den. Der hat ja früher für Amazonas gearbeitet. Mittlerweile nicht mehr. Vertreibt die Sachen auch noch. Aber noch. Und wenn ihr die quasi über ihn bezieht, bekommt ihr noch 10% Rabatt. Und ja, unterstützt den Sven an der Stelle. Der hat sich nämlich jetzt gerade selbstständig gemacht. Mit einer kleinen, ja, Sven Künkele Outdoor-Gier. Mit einer kleinen Marketing-Promo-Firma. Und ja, könnte so jemanden unterstützen. Und spart dabei auch noch. Also deswegen hier, Hashtag unbezahlte Werbung. Weil Sven ein sehr guter Freund von mir ist. Also, 10% sparen. Geht auch immer. So, jetzt warten wir hier, dass die Nudeln fertig werden. Soße und Frikadellen oder Hackbällchen sind soweit schon fertig. Da machen sich jetzt schon langsam die Fliegen drüber her. Also müssen wir gucken, dass die Nudeln hier schnell fertig werden. Und dann wird lecker gegessen. Ein Mann frei hätte ich gesagt. Ja. So, und jetzt die Hochzeit. Und natürlich gibt es auch etwas Parmesan drauf. Und etwas meine ich eine ganze Wagenladung. Dann mal, Bon Appetit. Bon Appetit. Lass es dir schmecken können. Ebenso. Schon ein bisschen frisches Olivenöl drüber? Nö, Ölbrot. Danke. So, verdammt heiß. Ja. Das ist kein Schling-Temperatur. Also für mich ist es verdammt heiß. Ja. Aber geht auf jeden Fall noch ein bisschen Salz dran. Ja. Erstmal ist das gleich sowieso so in Strollsch. Hm, gerne. Da freue ich mich die ganzen Augen drauf. Sehr lecker gekocht, ihr lieb. Verdammt lecker. Passt mit Meatballs. Ich wundere mich, wieso ihr überhaupt noch dran seid. Eigentlich müsstet ihr schon in der Küche stehen, Hackbällchen vorbereiten. Und dann geht spätestens morgen raus. Genau sowas machen. Macht das wirklich. Einfach raus und machen. So sieht es aus. Und ich mache jetzt meinen Teller leer. Bis später. Ja, die Zeit schreitet voran. Mittlerweile haben wir 9 Uhr. Die Pasta ist verspeist. Der nach... Ähm... Der Kaffee danach. So. Darf natürlich nicht fehlen. Der stellt mal wieder einen schönen Kaffee-Gruß an alle da draußen. Ja, wir haben uns ordentlich mit Anti-Insekten-Zeug eingesprüht. Eins, wie gesagt, das habe ich mal aus dem Spanien-Urlaub mitgebracht. Aber irgendwie sind trotzdem tausende von Stechern rundherum. Noch bin ich nicht gestochen worden. Aber kennt ihr das, wenn das so eklig im Ohr schon mal... Ekelhaft. Nervt. Nervt einfach nur ohne Ende. Ja, also das nächste Mal da eine Zitronella-Kerze mitbringen. Oder so ein Räucherstäbchen. In der Hoffnung, dass es die dann fernhält. Ich bin auch schon gerade am überlegen, ob es so eine gute Entscheidung war, die ultra-leichte Hängematte mitzuholen. Ohne Moskite. Ja. Heute auch dann leider nicht. Den Grüzibergse war wohl dabei. Das heißt, ähm... Ja, leider auch dahingehend kein Moskitoschutz. Aber da geht es dem Markus genauso. Der hat nämlich auch nur einen Sommerschlafsack dabei. Und schläft auch nur unterm Tal. Ja, ohne Moskitoschutz. Ja, alles soweit schon weggepackt, weggespült. Sodass es morgen recht früh dann wieder nach Hause gehen kann. Die Sonne ist jetzt schon untergegangen. Wir haben jetzt gleich eine blaue Stunde hier im Wald. Noch sieht man hier alles. Aber ja... Die Ruhe kehrt ein. Ich freue mich auf die Nacht. Ja, Schlafsack-Setup soweit eingerichtet. Ich habe heute mal eine neue Bodenfolie. Ein sogenanntes Polygro. Ja, so ein ultra-weißes Teil. Zwei Meter mal 1,50 Meter wiegt 52 Gramm. Die Uko brennt noch. Ja, wir haben jetzt mittlerweile... Wie viel ist es schon? 11? Ja, Viertel vor 11. Das war am Abend noch nicht so stark. Aber jetzt... In letzter Zeit hört man doch dann die... Ja, die Landstraße, die Bundesstraße, die hier in der Nähe vorbeifährt, doch recht stark. Obwohl die guten Kilometer entfernt ist. Und das durch den Wald. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Naja, ist halt so. Ich hoffe, dass der Verkehr dann heute Nacht ein bisschen weniger wird. Auch wenn ich mal schlafe, dann schlafe ich. Ähm, ja. Und ja, jetzt werden wir dann die Falle gehen. Denn morgen früh, wie gesagt, um 6 Uhr geht es wieder. Horaus 6 Uhr stellen wir den Wecker. Dann haben wir noch so Viertelstunde zum, ja, rumdösen. Und dann Viertel nach 6 Uhr aufstehen, Kaffee machen und dann auch schon wieder abbauen. Ja, in dem Sinne sage ich gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ciao, ciao. Schönen guten Morgen zusammen. Ja, wir haben jetzt kurz nach 6 Uhr. Ich bin schon seit ungefähr halb 6 Uhr so ein bisschen wach. Immer wieder ein bisschen am Weckdösen. Irgendwas ist dann so um Viertel vor 6 Uhr hier auch mal hier vorbeigelaufen. Aber ich habe dann irgendwie es nicht geschafft, die Augen abzumachen und zu gucken, was ist. In der Ferne hat noch ein Reh heute Morgen kurz geschreckt. Gestern Abend kam, naja, ungefähr 10 Meter hier entfernt, noch vermuten, dass es ein Maler, ein Wiesel ist vorbei. Der hat uns zuerst nicht gesehen, dann ist er kurz stehen geblieben. Er hat uns gesehen, dann ist er ab in den Wald. Ja, ansonsten war es relativ ruhig. Markus hat gemeint, heute Nacht ist noch irgendwo hier in der Nähe geschossen worden. Richtung Frankreich. Kann gut sein. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe tief und fest geschlafen. Wunderbar. Diesmal warm mit meinem Setup, weil die Temperaturen dafür gepasst haben. Ja. Jetzt heißt es dann auch wieder langsam auch schon direkt wieder zusammenbauen, denn wir müssen bald wieder los. Und ja, aber vorher gibt es auf jeden Fall morgen noch einen Kaffee und bestelle ich jetzt mal schnell das Wasser auf. Und ja, ich mache schon starker Puppe. Und dann ist es einfach herrlich, wenn die Sonne das erste Mal durch die Bäume blitzt. Ja, je nachdem wo man ist, sieht man sogar einen Sonnenaufgang. Also rausgehen lohnt sich auf alle Fälle. So, jetzt noch schnell den Anerkild wegpacken. Und dann gibt es den wohlverdienten Kaffee heute Morgen. Mal ist es schon abgebaut, nur noch alles in den Rucksack reinpacken und dann geht es auch schon los. Aber jetzt gibt es erstmal, wie gesagt, den wohlverdienten Kaffee. Ah, der ist einfach herrlich. War wieder mal sehr schön hier im Wald. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir jetzt unter der Woche rausgegangen sind in den letzten paar Wochen. Hier ist das dritte Mal jetzt innerhalb von vier Wochen, ne? Ja, immer in einen anderen Wald. Man könnte ja theoretisch, weil wir die Plätze jetzt kennen, immer wieder an die gleiche Stelle gehen, aber das ist ja auch irgendwie langweilig. Die hat man, die kennt man und da weiß man, dass man dann halt dort, je nachdem wie die Lage ist, halt dort auch noch mal hingehen kann. Und ich denke auch, das nächste Mal, wenn wir wahrscheinlich wieder woanders dahin gehen, habe jetzt gerade schon überlegt, dass wir so an so einen Waldrand gehen, der eigentlich ganz schön gelegen ist, an so einem Feld. Und so, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Ja, alles gepackt, Rucksäcke geschultert. Wir sind schon auf dem Rückweg und damit ja, erinnert auch dieses kleine Mikroabenteuer an dieser Stelle. Ah, hier haben wir noch einen schönen Grenzstein hier, mitten im Wald. Der ist richtig schön hier, großer Teil. Ja, ich sage an der Stelle, wie immer, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß da draußen in der Natur und ich kann es nur noch mal wiederholen, geht raus und ja, macht es einfach mal nach. In dem Sinne, ciao und bis bald. Das ist doch der Himmel, wo wir oben sind. Ciao. Ja. 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 Ja.